Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier aus Krüchdanusa auf 1800 Meter über dem Berg in Graubünden in der Schweiz. Im Pretigau hier werde ich eine kleine Winterwanderung machen, circa eineinhalb Stunden und euch da mitnehmen und die eine oder andere Aufnahme machen. Ich wünsche euch da viel Spaß beim Zuschauen hier aus Krüchdanusa Panorama Winterwanderweg. Wir haben den 15. Dezember. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt wäre ich am Ausgangspunkt wieder angekommen. Vorne sieht man die Tafel. Die große Tour ist mit 90 Minuten 5 Kilometer angegeben. Ich habe eine gute Stunde, Stunde 10 Minuten jetzt gebraucht. Bin auch recht zügig gegangen. Aber man sollte von den 90 Minuten ausgehen. An der Stelle geht das Wandervideo hier aus Krüchdanusa dem Ende zu. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.